Öko-Test hat 33 verschiedene Apfelsäfte auf Pestizide und andere Problemstoffe geprüft. Das Ergebnis, rund drei Viertel der Säfte schneiden mit sehr gut ab. Aber nur die Bio-Apfelsäfte sind komplett frei von Pestiziden. Dazu gehören Allnatura Apfelsaft Naturtrüb, DM Bio-Apfelsaft Naturtrüb, Rewe Bio-Apfelsaft Naturtrüb und Völkel Apfeldirektsaft Naturtrüb. Apfelsäfte, die aus Streuobst produziert werden, sind laut den Testern besonders vorteilhaft und haben den besten Geschmack. So etwa der Saft Rabenhorst Streuobst Apfel. Pestizide haben die Tester in folgenden Produkten gefunden. Edeka Apfel Direktsaft Naturtrüb und Riodoro Apfelsaft Naturtrüb von Aldi. Im Amecke sanfte Säfte Apfel Naturtrüb konnte Acetamiprit nachgewiesen werden. Der Wirkstoff ist besonders kritisch, da er gegen Insekten eingesetzt wird. Bienen können daran sterben. Im Albi heimischer Apfel Naturtrüb und Lieblingspremium Direktsaft Apfel Naturtrüb waren die Mepiquat-Werte stark erhöht. Das Problem beim Obstanbau in Europa ist das Spritmittel eigentlich verboten. Geschmacklich überzeugen konnten fast alle Säfte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020